Moin, hier zeigen wir von den Hamburger Hänger und wir fahren gerade so ein bisschen durch die Gegend. Wer ist alles da hier? Junkio, der Jun und... Albert, Albert, was aber? Erinnerst du dich noch an die ganzen Videos? Klopapier voll und... Ich hab die gesehen, aber die sind nicht mehr da. Ich hab die gesehen, ich hab die gesehen. Ich hab die gesehen, ich hab die gesehen. Jetzt mach mir einmal richtig Klopapier voll richtig ernst mit dem Handy, aber das ist auch meine... Das ist auch meine Koto, mach die auch mit dir. Ja, das ist auch mit dir. Ja, das ist auch mit dir. Es waren zwei Gestalten, sollten wir auf einem Balken. Balken! Und sie schrien nach Klopapier. Klopapier! 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 Und dann kam der dritte... Dritte! Legt sich in die Mitte... Mette! Und sie schrien nach Klopapier. Klopapier! Und sie schrien nach Klopapier. Klopapier! Und dann kam der vierte... Vierte! Der die Scheiße sortierte... Sortierte! Und sie schrien nach Klopapier. Klopapier! Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier! Und dann kam der Pünfte, der die Nase rümpfte, und sie schrie nach Klopapier, Klopapier! Und dann kam der Sechse, der sich leicht bekleckte, und sie schrie nach Klopapier, Klopapier! Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier! Und dann kam der Siege, der die Scheiße liebte, und sie schrie nach Klopapier, Klopapier! Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier! Und dann kam der Achte, der sich leicht bekleckte, und sie schrie nach Klopapier, Klopapier! Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier! Und dann kam der Neunte, der ist bei Scheißenschunde, und sie schrie nach Klubpapier, und sie schrie nach Klubpapier, und dann kam der Klingel, und dachte, dass er siehnte, eine Rolle Klubpapier, eine Rolle Klubpapier, eine Rolle Klubpapier, Klubpapier. Und dann kam der Neunte, und dann kam sie klein die Hände, und sie schrie nach Klubpapier, Klubpapier, und sie schrie nach Klubpapier, Klubpapier, und sie schrie nach Klubpapier, Klubpapier.